Hi Leute, und hier sind wir auch schon wieder mit Minecraft, oh yeah. Ich hoffe, ihr habt uns vermisst, es geht weiter in dieser dunklen Ebene, gleich kommt wieder ein übles Gemetzel hier. Ich bin aber diesmal mit dem Schwert bewaffnet, perfekt. Verdammt, hast du noch Holz? Brauchst du das andere Schwert? Nein, das Holzschwert kannst du behalten. Hast du Holz? Ja, ein bisschen weiter. Bitte, schnell, 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 ja. Ich hoffe, das reicht, ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, daraus kann ich mir eine Truhe basteln, oder uns eher gesagt. Ich kann dir alles geben, was ich hab hier so. Ja, nein, das reicht schon. Okay. Ich hab die Truhe, pass auf, jetzt hier eine Truhe hin, wenn du da drauf rechts klickst, kannst du da Sachen reinlagern. Wir lagern da jetzt Sachen wie Schwerter drin, damit wir, falls wir in unsere Bude kommen und da Monster drin sind, so wie das eben war, uns verteidigen können. Okay, perfekt, würde ich sagen. Alles klar, der Rest, der ist nicht so wichtig. Okay, so, dann würde ich sagen. Kommt, ihr dreckigen Monster, on guard. Warte mal, bei mir steht genau hier ein Zombie, bei mir genau hier, genau hier. Äh, bei mir steht hier gar nichts gehrende Leere. Da ist genau bei mir ein Zombie, der steht da einfach nur so rum. Was ist das denn für eine Macke? Ich seh den nicht, was zur Hölle. Okay. Haben wir diese nach Glück, oder was ist? Alter, soll ich dir mal was sagen? Ah. Minecraft macht mir gerade voll Laune. Das ist einfach geil. Das ist auch geil. Ja, was zur Hölle. Achso, ich hab grad gedacht, der Zombie greift mich an. Ein unsichtbarer Zombie, das wär's ja jetzt. Verdammt, ich hab nur noch zweieinhalb Leben, ich darf nicht so viel machen. Okay, ich hab nur sechseinhalb Leben. Ich weiß, was ich jetzt erstmal baue, in den Ofen. Hast du, du hast doch noch das eine Kohle Stück, oder? Ich hab gar nichts mehr. Ich konnte es ja eben nicht zu Ende abbauen, da ist ja hier schnell dunkel geworden. Hab ich eben Panik bekommen. Ich hab das ja auch abgebaut gehabt. Okay, dann hab ich das nicht eingesammelt. Hm, doof, egal. Egal. Also pass auf, ich bring dir jetzt erstmal grundlegende Sachen bei, komm mal eben runter. Ja, okay, warte. Oh, jetzt hab ich nur noch sechs Leben. Am besten wär's, wenn du die Treppe nimmst. Okay, ich nehm die Treppe nächstes Mal. Das hier ist ne Truhe, dann kannst du daran Sachen lagern, ne? Ja. Da, das ist der Ofen. Oben kommt das rein, was du zum Beispiel verbrennen möchtest, so wie Sand. Und unten kommt das Brennmaterial rein, also Kohle oder Holz. Okay, okidoki. Kohle ist hiermit ein wichtiger Rohstoff, weil man damit Fackeln bauen kann und man kann damit halt den Ofen antreiben und ja, man kann aus dem Ofen kann man aus Sand Glas machen. Damit kannst du aus Cobblestone Cleanstone machen, das ist aber nachher eine andere Sache. Das ist in dem Moment noch nicht so wichtig, wir müssen jetzt erstmal überleben. Okay, überleben. Kommen die überhaupt noch Gegner? Es war, es sieht nicht so heftig aus wie, äh, am Anfang. Also retten sie schon Zombie. Ja, die sind weit weg, zum Glück, sodass sie uns nicht sehen können. Was mir Angst macht, sind die zwei Skilette da hinten. Die könnten eventuell gefährlich werden. Oh Gott. Oh Gott, ey. Das zur Hölle, ey. Okay, Moment, das, was du da siehst. Gott, ich hab nur noch zwei Leben. Das grüne Ding, das da um den Zombie rumläuft, ne? Ja. Das ist ein Creeper. Wenn er dir zu nahe kommt, explodiert er. Achtung, nicht gut, das Ding. Okay. Das ist fies, böse. Okay, wenn das viel kommt. Dann geh runter, bevor er dich sieht. Okay. Oh, ich hab nur noch fünf Leben. Dann nimm die Treppe, das nächste Mal. Ja, ich vergesse das immer. Okay, ähm. Ähm. Mach reine Symmetrie hier. Ich seh's gerade. Ich hab drei Pfeile. Jo. Ist gut. Belagern mal alles, was du von Pfeilen und Federn bekommst, einfach mal hier drin, okay? Okay, warte. Da sind jetzt Knochenpfeile, Federn und Seidel drin, oder? Ja. Ja. Das sind alles Sachen, die man... Oh Gott, Zombies da draußen, da draußen ist ein Zombie. Wo, 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 wo? Wo bist du? Wo bist du? Ach, da bist du. Nein, schick, nein, nicht, 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 nicht. Oh Gott. Oh Gott, ich hab ihn fast... Hätt' ich losgelassen, hätt' du mich da runtergekickt. Wahnsinniger. Verrückt da, du. Alter, was zur Hölle, man. Oh, 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 nein, 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 nicht gut. Komm da weg, komm da weg, komm da weg, komm da weg. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh Gott, was würde eigentlich passieren, wenn der jetzt hier explodieren würde? Äh, die ganze Holzflanke hier wäre kaputt. Ist nicht dein Ernst, Alter, dann sind wir so gelackmeiert. Dann sind wir richtig am Arsch, weil der unsere ganze Holzwand da kaputt machen könnte. Ach du Scheiße, ey. Ich hab'n Idee, wir ziehen einfach um unser Haus ne ganze Kakteenwand, oder? Ja, das würd' ich auch sagen. Einfach ganz viele Kakteen, dann verletzen die sich daran. Nein, das heißt, ich sollte mal gucken, dass ich gleich Kakteen suche, ne? Boah, ich hab' keine, ich hab' Angst, da hochzugehen, weil der Creeper da jetzt ist, der könnte ja explodieren. Ja, ich hab' auch Angst, da hochzugehen. Ich trau' mich, da echt nicht hochzugehen, was zur Hölle man. Ach, komm, ich mach's, kurz, warte. Okay, aber weder explodiert gleich. Ey, bis runtergesprungen. Ah, nee, da wirst du, oh, ich hab' gar gedacht, ey. Oh Gott, der Zombie steht hier unten. Nein, komm' nicht hoch, ich hab' Angst, ich hab' meinen, da hinten ein Skelett gesehen zu haben. Dolm Kuhl? Der Zombie regt mich auf, stirb. Wovor ist der denn? Da unten ist er gestehen. Oh Gott, bei mir schwebst du! Jetzt schmisse ich eigentlich springen. Meine! Oh Gott, ey! Ich hänge hier gerade voll auf Halb 8 Boah Alter, der hat sich mal runtergeschmissen Sorry Alter, das ist ja so blöd Ganz links ist ja der Knopf STRG, ne? Und da drüber Und wenn du den drückst, gedrückt hältst, dann knifst du dich hin Dann kannst du nicht fallen So, ne? Ja, das sieht so kacke aus Ey, das sieht gerade aus, als ob du Puff pickn musst Geil Warte, 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 warte Oh, das sieht zu geil aus Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen Bleib stehen Das sieht zu geil aus Das hat der hier voll Puff ficken, da macht der Perfekt, ey Okay Ich hab auch Angst Wann wird's wieder Tag? Da, wenn der Mond untergeht Boah Okay Wenn der Mond untergeht Hier sind ja Sterne Fände ich hier irgendwo den großen Wagen Ähm Ähm Das könnte das sein Ich höre nur noch den Zombie hier Ja, also Ähm, ja Äh Ist das hier dieser komische, ah, ne, das sind Zombies, ne? Oder sind das diese Creeper oder wie die heißen? Äh, das sind beide Creeper Der Creeper her steht an der Flanke und der Zombie tutel zu mir Da hau ich jetzt den Zombie Alter Komm lieber runter, wir kommen, wir gehen lieber runter Ja, komm, lass ihn runter Ich hab nur noch anderthalb Leben im bisschen Oh Gott, vor unserem Haus Ach, das ist ein Schaf Cool, das Schaf ist gestorben Ja, das ist ein A-K-M-T Oh, es wird tell, es wird tell Es wird tell, okay, wir können hoch Okay Creeper, ex Creeper werden weder freundlich noch verbrennen sie, das heißt Na komm Oh Gott, hör auf, lass es sein Was? Mich hier zu schubsen, das ist nicht gut Moment, ich, ich bin beständig Fakt ist jetzt Wenn die alle Okay, da vorne steht ein Creeper Wir gehen auf Nein Ich hab ihn gewarnt Komm wieder zurück, schnell Hallo, ins Haus Ich mach's Ins Haus Ihr campt den Zombie nicht Da hast du keine Chance gegen Und mach die Tür zu Alter, ich hab ne Oh, what the fuck Ich hab nur noch ein halben Leben, ey Oh Gott, ich hab nur noch ein halben Leben, ey Okay Das ist heftig, das Spiel, weißt du das? Es sieht so einharmlos aus, als du es so übelst Ja, ich merk das schon Mein Deck Creeper da unten Aber was ich schon sagen muss, als Fazit Also, dafür, dass ich es bleibe, das macht richtig viel Fun Oh man, ich muss gucken, ob der Zombie Ja, der ist verreckt Oh, ich bin Game Over Du bist so einig Guck mal nach Komm mal schnell her Ja, ich seh dich Lass dich nicht von den Spinnen Bedingendsten Ja, warte, ich geh eben ins Haus Doch, sicher Lust Du hast die Kohle eingesammelt Ich hab gerade Kohle von dir aufgesammelt Echt? Komm schnell So Nein, nein Der hat schon zugemacht Okay, Fakt ist Hier, nimm dir das Schwert Warte Ich hab kein Leben mehr Ich hab Angst Ich kann nicht gegen den Creepern raus Nimm dir das Schwert und bekämpfe bitte ein paar Schweine für mich Ach, obwohl was Ich bin nicht ein Puss hier oder was Komm, wir gehen raus und bekämpfen den Creeper da Okay Komm Nein, da kommt ein Creeper, da kommt ein Creeper, da kommt ein Creeper Ah, ha, ha, ha Ah, ha, ha, ha Ach so, Hölle Du bekämpfst mich denn? Nein, du achst doch nicht die Tür auf, du verrückt Nein, nein, nein Du verrückter Du machst du öffnest du im Knie über die Tür Was bist du denn für einer? Ich komm, ich komm, ach, 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 ach Nein Aragon, was machst du denn für'n Scheiß? Ja, weiß ich doch nicht Aragon Aragon Ach, fuck, man Alter, gut, dass du uns aber nicht die Welle weggesprengt hast, der hätte uns hier nur ein rieses Loch gemacht Gib mir mal den Sand, äh, mach den, mach mal, füll mal mit dem Sand, den du hast, äh, die Lücke da Boah, du kranker Vogel, Alter Lass mich ab jetzt gegen den Creeper kämpfen Okay, klar doch Alter, das war grad so heftig, ey Er macht dem Creeper die Tür auf, ich glaub's nicht Ja, ich konnte auch nix für Mann, ich bin am Finger im Spiel, was erwartest du? Was für Hölle, was war das? Ähm, ich hab nen Creeper in die Luft gejagt, vor unserem Haus Ja, wir müssen die ja irgendwie entschärfen Wenn ich versuche die zu bekämpfen, dann explodieren die meist Creeper, die sind gefährlich Creeper sind richtig heftig, Mann Ich seh es, also ich merke schon Und ich hab keinen Sand mehr, aber die ist fast zu wieder komplett Ja, wenn Creeper explodiert, geht immer was, also, geht immer was verloren Hol dir Sand und Kakteen und ich geh ein paar Schweine schlachten, ja? Äh, okay Geh du Schweine schlachten, ich hol Sand und Kakteen Am besten ohne Spitzhacke, die Spitzhacke geht davon kaputt, wenn du da mit Sand abhorst Oh Gott Er macht dem Creeper die Tür an Ich bin geschockt, Mann Das ist dem Creeper die Tür geöffnet, du bist doch krank Ja, ich bin Anfänger in dem Spiel, was erwartest du? Oh, na, ich kann ja keine Vorwürfe machen, ich kann auch sein, das ist meine wenige Vorbereitung Aber du weißt jetzt, da man nur aus Fehlern lernt, dass Creeper heftig ist Ja, ich weiß, dass Creeper heftig sind und ich weiß, dass man Creeper am besten nicht die Tür öffnen sollte, könnte böse enden Das stimmt Und was zur Helle, ich finde einfach keine Schweine mehr Weiß ich Wenn du es schaffst, versuch Kohlev zu finden Ja, ich bin hier gerade wieder dabei Sehr gut Kohle ist wichtig für den Anfang Ich laufe hier hinten rum, da ist ein Schwein, ja? Ja, Schwein Ich hab zwar noch 5 von 7 Leben, 5 oder 8 von 10 Leben, aber... Mein Inventor ist hier irgendwie gerade voll, wo sehe ich denn das? Wird das jetzt automatisch gelagert, oder was? Nein, ähm... Verdammt, du wilde Schwein, gib mir was zu schinken Also ich hab hier alles voll, äh... Sammle ich jetzt automatisch gar nichts mehr auf, oder was? Äh, ja, du sammelst nichts mehr auf Ach, scheiße, Mann! Das heißt, ich muss erstmal was lagern hier Ja, und wir haben eine Truhe gebaut, das heißt, du solltest da hingehen und wichtige Sachen weglegen Mach ich jetzt auch Erstmal will ich aber hier die Lücke schließen, da ich ja schon Sand hab Sehr gut So, jetzt mach ich die letzte Lücke noch zu hier, warte Die Lücke ist... ...behoben Ähm, so, jetzt sieht unser Haus auch wieder wie neu aus So... Ich weiß nicht, ob du einen Creeper reingelassen hast, der dann explodiert ist in seinem Wahn Jaaa, ist ja gut jetzt Boah, unsere Welt sieht richtig demoliert aus mit zwei Creeper-Löchern, ey Das ist richtig heftig, Mann Das Spiel... Das ist alles heftig hier Okay, Moment, ist das ein Zombie dahinter? Ah, schon wieder so eine Zombie-Statue Okay... Die sterben irgendwie nicht alle Zombies, die werden einfach noch versteinert Okay, das ist dumm So... So, dann würde ich sagen... Jetzt wird weiter gehackt Meine Spitzhacke ist bald kaputt Naja, gut, was heißt bald kaputt? Die hatten auch volle Leben fast, aber... Trotz allem... ...hatte ich schon einen Strich verloren Klein Aber jetzt kann ich endlich Steine hacken Irgendwie sammelt ihr das gar nicht auf, was zur Hölle? Hast du ein Inventar abgelegt? Warte mal Ich drücke halt mal i und guck, ob dein Inventar voll ist Achso, äh... Ja, mein Inventar ist... ...noch nicht voll, aber jetzt weiß ich wie viel nix, wo es lagert Okay Ich hab gedacht, er lagert das immer alles in dieser Leiste da unten So, ne... Ja, okay, dann... Passt das Dann kann ich ja weiter sammeln Ich hab übrigens schon 60 Steine oder so ungefähr voll Ich finde keine Kohle Bei 64 geht's nicht mehr weiter Ja, okay, das wären genug Steine Kannst du mir helfen, Schweine zu finden? Wenn wir keine Leben mehr haben, müssen wir uns regenerieren Dann... Dann...